Da geschah ein großes Erdbeben, die Sonne wurde finstern wie ein herendes Gewand, der Mond war wie von Blut, die Sterne des Windes fielen auf die Erde, wie ein Feindwort vom Stand entgeschüttelt seinem ungreifend Feind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Antlitz dessen, der auf dem Thron sitzt, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für alle den Stamm. Für alle den Stamm. Für alle den Stamm. Für alle den Stamm. Wenn es in unserem Leben keine Kummer gibt, besser wäre das nicht. Es wäre sogar schlicht.